Das, was ihr hier gerade seht, sind die einzigen historischen Filmbilder der Versuchsstelle Gotto, die mir bekannt sind. Sie zeigen Häuser in der dritten Reihe, also den Bereich der Werkstätten, Labore und so weiter. Auch die Versuchsgruppe Diebner hatte zwei Häuser in der dritten Reihe und da es niemand anders weiß, vielleicht sind es diese gewesen, vielleicht auch nicht. Okay, weil sie so rar sind, noch einmal. Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die in Gotto durchgeführten Großversuche G1, G3 und G4. Zu Beginn des Krieges 1939 begann Kurt Diebner seine Forschungsmannschaft zusammenzustellen. Dazu gehörten er selbst, Kurt Diebner, dann Friedrich Berkay, Werner Julius, Georg Hartwig und Walter Herrmann. Zur Mannschaft gehörten weiter Gerhard Bormann, Karl-Heinz Höcker, Heinz Pose und Ernst Drexer, die sich aber mehr mit Berechnungen und Auswertungen beschäftigten und nicht mit den eigentlichen Versuchen. Teilweise haben sie die Gottoer Uranmaschine nie gesehen. Wie bereits gesagt, die Diebner Gruppe hatte in Gotto zweite Häuser in der dritten Reihe und dazu noch den eigentlichen Versuchstand, der sich etwa 180 Meter von den Laboren entfernt in westlicher Richtung befand. Der Versuchstand bestand aus einem Betonsockel mit einem Innenmaß von 4x4 Metern, etwa 3,50 Meter tief. Der Stand war zur Tarnung mit einem Holzhaus überdacht. Unmittelbar daneben befand sich ein weiteres doppelstöckiges Holzhaus. Im unteren Bereich ein Geräteraum, unter anderem auch zur Lagerung der Messsonden. Im oberen Bereich ein Aufenthalts- und Umkleideraum. Weiter waren noch ein 3 Meter tiefes Rohr zur Aufnahme der Neutronenquelle, sowie eine kleine Kranvorrichtung mit einer Laufkatze vorhanden. Dieser Stand wurde vermutlich im zweiten Halbjahr 1940 gebaut. Genaueres ist aber nicht bekannt. Als die Ingenieure in Gotto ankamen, fanden sie praktisch nichts vor. Sie mussten alles selbst bauen, entwickeln und konstruieren. Sämtliche Messgeräte, Neutronenzähler usw. wurden vor Ort gebaut. Dazu wurden beispielsweise alte Zählwerke der Post umgearbeitet. Im Sommer 1941 wurde der Versuch G1 vorbereitet. Von der Berliner Firma Barmark-Meguin wurde ein Kessel aus Aluminium mit einer Reinheit von 99,6% geliefert, mit einem Durchmesser von 2,5 Metern und einer Höhe von 2,3 Metern. Die Wandstärke betrug 5 Millimeter. Dieser Kessel wurde für alle in Gotto stattfindenden Versuche verwendet. Er blieb auch nach Beendigung der Versuche vor Ort und wurde von den sowjetischen Truppen geborgen und wahrscheinlich in die Sowjetunion gebracht. Im Gegensatz zu Heisenberg wollte die Diebner Gruppe eine andere dreidimensionale Anordnung. Hartwig schlug dafür die Würfelform vor. Als Trennschicht bzw. Moderator wurde Paraffin gewählt. Eine wasserstoffreiche Verbindung. Es sollten Würfel mit einer Kantenlänge von 9,7 cm gebildet werden, jeweils umhüllt mit einer 1 cm starken Paraffinschicht. Jeder Würfel ist also 2 cm voneinander weg und auch jeweils zueinander versetzt. Zu diesem Zeitpunkt konnten die Auerwerke aber noch gar keine Würfel herstellen. Es wurde also Uranstaub geliefert. Genauer Uranoxidstaub. Der Kessel wurde mit Teer am Boden festgeklebt, der Betonwürfel mit Wasser gefüllt und das Paraffin wurde in Blöcke gegossen und mit der Bandsäge in entsprechend dicke Schichten geschnitten. Die Paraffinschichten wurden dann in den Kessel eingepasst. Als Platzhalter für die Würfel dienten entsprechend große Holzquader. Nun musste der Uranstaub manuell in die leeren Würfelformen eingebracht bzw. eingestampft werden. Es war ja schon bekannt, dass Uranoxid stark giftig ist. Um Gesundheitsschäden vorzubeugen, trugen die Arbeiter Gummistiefel, Staubanzug, Gummihandschuhe und Gesichtsmasken. Sie wurden regelmäßig ärztlich untersucht. Allerdings waren die verwendeten Atemfilter für etwa 0,2% der Uranstaubpartikel durchlässig. Das Ganze war, wie Hartwig sich ausdrückte, eine elende Plackerei. Nach kurzer Einarbeitung schafften die Ingenieure und Techniker immerhin eine Schicht pro Tag. Insgesamt wurden 19 Schichten zusammengebaut. Pro Schicht gab es 358 Würfel, insgesamt also 6802 Würfel. Dafür wurden 25 Tonnen Uranoxidstaub verarbeitet und 4,4 Tonnen Paraffin. Übrigens soll der Physiker Hermann bei der Verarbeitung des Paraffins mal ausgerufen haben, ach, wenn es doch nur Schmalz wäre. In der Mitte des Kessels war Platz für die Neutronenquelle. Diese wurde senkrecht eingebracht. Ebenfalls in der Mitte, aber waagerecht, war Platz für die Bohrsonde, das Hauptmessgerät für die Neutronen. Weiterhin waren diverse Beta-Cell-Rohre eingebaut, ebenfalls um die Neutronen zu messen. Wie schon oben gesagt, wurden mit Ausnahme der Neutronenquelle alle weiteren Instrumente von den Ingenieuren in Gotto selbst gebaut. Zunächst wurde eine Lehrmessung vorgenommen. Vor der Einbringung des Urans wurden die Messrohre eingebracht, ebenso die Neutronenquelle. Der Neutronenfluss wurde zu Vergleichszwecken gemessen. Die Messrohre wurden nach Einbringung des Urans an gleicher Stelle platziert und dann die Neutronenquelle eingebracht. Das war also der Vollversuch. Die Messdauer betrug etwa 12 Stunden. Der Versuch war insofern ein Erfolg, als dass die Neutronenausbeute über den theoretisch zu erwartenden Ergebnissen lag und somit einen ersten Hinweis darauf gab, dass die Würfelform den Heisenbergschen Schichten überlegen war. Eine Neutronenvermehrung fand allerdings nicht statt. Natürlich gab es umfangreiche Auswertungen und Berechnungen, mit denen ich euch aber jetzt nicht wirklich auf den Geist gehe. Ich verlinke die entsprechenden Dokumente in der Beschreibung. Wer will, mag da selbst nachschauen. Im Juli 1943 erfolgte der Versuch G2. Dieser wurde nicht in Gotto durchgeführt, sondern im Kälteraum oder besser Tieftemperaturraum der Chemisch-Technischen Reichsanstalt in Berlin. Diese ist uns ja schon aus Teil 1 dieser kleinen Gotto-Reihe bekannt. Dort wurden 100 Würfel aus Uranmetall mit einer Kantenlänge von 5 cm in etwa 200 Liter schwerem Wasser bei minus 12 Grad eingefroren und mit Paraffin umhüllt. Die einzelnen Würfel waren 8 cm voneinander entfernt. Die Variante mit dem Einfrieren wurde gewählt, um jegliche Beeinflussung durch Haltematerial zu vermeiden. Und es wurden die gleichen Messapparaturen wie im Versuch G1 verwendet. In der Auswertung wurde festgestellt, dass der technische Aufbau natürlich ungeeignet für eine realistische Anwendung eines Reaktors war. Allerdings ergab sich erstmals eine deutliche Neutronenvermehrung um den Faktor 1,37. Selbstverständlich drehten die Wissenschaftler in den Zeitraum zwischen den Großversuchen nicht nur Däumchen. Sie führten andere Aufträge durch oder halfen bei den anderen Großversuchen in Leipzig oder Berlin aus. Im Übrigen war die Besoldung durchaus nicht üppig. Werner Julius beispielsweise erzählte bei seinen Besuchen in Gotto 1999, dass neben der Atomversuchsanlage durch die Wissenschaftler Gärten angelegt wurden, in denen sie Kartoffeln, Zwiebeln, Tomaten und Ähnliches anbauten. Schlicht einfach deshalb, um sich mit Zusatzversorgung anzureichern. Im Herbst des Jahres 1943 wird wieder in Gotto der Versuch G3 durchgeführt. Dieser Versuch war von Beginn an in zwei Varianten geplant. Der Versuch A mit 106 Würfeln und der Versuch B mit 240 Würfeln. Die Würfel hatten eine Kantlänge von 5 cm. Es wurde wie er der bekannte Aluminiumkessel verwendet. Um Paraffin zu sparen, wurden Holzbohlen an der Innenseite gesetzt. Dann wurde eine Halbkugel eingebracht mit einem Durchmesser von 102 cm. In der anderen Halbkugel waren die Würfel befestigt, also im oberen Teil. Diese wurden mittels 1 mm dickem Hydronalium fixiert. Hydronalium ist eine Aluminiumlegierung. Die Neutronenquelle ist wieder eine Radium-Berylliumquelle oder ein Radium-Beryllium-Präparat. Die Kugel wurde dann mit schwerem Wasser befüllt. Und wie beim ersten Versuch wurde zunächst eine Leermessung ohne Uran durchgeführt. Dann die echte Messung mit Uran. Dieser Versuch G3a mit den 106 Würfeln ergab einen Neutronenvermehrungsfaktor von 1,65. Der im Frühsommer 1944 durchgeführte Versuch G3b mit 240 Würfeln und der sonst annähernd gleichen Voraussetzungen ergab einen Neutronenvermehrungsfaktor von 2,1. Und nur zum Vergleich, der erfolgreichste Versuch der Deutschen, der Versuch B8 in Heigerloch, also der allerletzte Versuch, ergab einen Neutronenvermehrungsfaktor von 6,7. Da klingen die 2,1 vielleicht nicht viel, aber das war immer noch besser als die Leipziger und die meisten Berliner Versuche. Soweit zu den bekannten, nachweisbaren Gottoer-Großversuchen. Nun zu zwei anderen Versuchen. Zum einen den Versuch, eine nukleare Hohlladung zu entwickeln und dem geheimnisumwitterten Versuch G4. Ich erwähnte ja oben bereits die Tatsache, dass die Physiker auch mit anderen Sachen beschäftigt waren. So wurden zum Beispiel durch Berkay theoretische Berechnungen zur Kernfusion durchgeführt. Das Prinzip war ja seit etwa 10 Jahren bekannt, der uns aus dem Teil 2 dieser Videoreihe bekannte Hamburger Paul Harteck hat in Kanada daran mitgewirkt. Walter Trinks forschte in der Versuchsstelle Gotto an der Hohlladung. Die dabei auftretenden Drücke könnten durch eine nukleare Explosion wesentlich verstärkt werden. So die Idee. An dieser Stelle muss aber gesagt werden, dass dieses Prinzip nichts mit Atombomben oder mit Reaktorforschung zu tun hatte. Es ging darum, Deuterium, also schweres Wasser, unter hohem Druck in Helium umzuwandeln. Dabei wird eine zigtausendfache höhere Energie frei, als mit herkömmlichen Sprengstoffen zu erreichen gewesen wäre. Der Leiter der Gottoer Versuchsstelle, Erich Schumann, gab im Oktober 1943 die Erlaubnis für derartige Versuche. Zunächst wurden dicke Stahlblöcke von unterschiedlicher Stärke mit einer kegelförmigen Vertiefung ausgestattet, in die ein Kegel aus mit Deuterium versetztem Paraffin gesetzt wurde, sogenanntes schweres Paraffin. Dieser Kegel wurde mit einer Silberfolie umhüllt, als Indikator auf Radioaktivität. Hierauf wurden Sprengladungen verschiedenster Stärken gesetzt nach dem Prinzip der Hohlladung. Bei den ersten Explosionen wurde die Testapparatur komplett zerstört, Silberfolie war nicht mehr zu finden. Nachfolgend verbesserte man den Schutz der Silberfolie, sodass größere Stücke erhalten blieben, Radioaktivität konnte aber nicht gemessen werden. Die Versuche waren erfolglos. Dann wurden Versuche mit Hohlkugeln unterschiedlicher Größe durchgeführt, an deren Außenkörper mehrere Sprengladungen angebracht waren. Diese wurden gleichzeitig gezündet. Aber auch hier klappte die gewünschte Umwandlung von Deuterium in Helium nicht. Der Versuch G4 Bis vor einigen Jahren waren für in Gotto durchgeführte Versuche lediglich G1, G3a und G3b bekannt, also drei Versuche. Dann fand der Historiker Rainer Karch in Moskauer Archiven interessante Unterlagen. Unter anderem auch ein Brief von Werner Julius an Professor Hutemann von der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt vom 06.01.1945, in dem ausdrücklich vom Versuch G4 die Rede ist. Dieser Brief ist im Buch von Günter Nagel, Wissenschaft für den Krieg, abgedruckt. In Karchs Buch Hitlers Bombe ist ein Brief Diebners an Heisenberg abgedruckt, in dem er von einem durchgeführten Versuch mit 520 Würfeln schreibt, dessen Auswertung nun beginnen könne und für den Heisenbergs Hilfe benötigt würde. Für Berechnungen und dergleichen. Eine Antwort Heisenbergs ist nicht bekannt. Dieser Brief datiert vom 10.11.1944. Das Problem ist nun aber, dass der Großteil Diebners Mannschaft bereits seit dem Sommer in Stadt Ilm war. Dort wurden aber keine Versuche durchgeführt. In Gotto verblieben nur Julius und Hermann. Der Versuch musste also in Gotto durchgeführt worden sein. Und zwar Ende Oktober, Anfang November 1944. Entsprechende Äußerungen der Wissenschaftler, auch nach dem Krieg, sind nicht bekannt. Wie also war der Versuchsaufbau? Karch und Nagel beschreiben ihn in ihren Büchern wie folgt. Ein zweistufiger Reaktor im bereits bekannten Aluminiumkessel. Der innere Teil ist aufgebaut wie der Versuch G3b, allerdings mit 520, statt nur 240 Würfeln in einer Kugel. Der äußere Teil besteht aus Uranoxid und Thorium, 2 Drittel zu 1 Drittel. Dieses Material kann zwischen Kesselwand und der Kugel mit den Uranwürfeln gepackt worden sein. Die Neutronenquelle wurde eingesetzt und wie üblich 12 Stunden bestrahlt. Nach Abschluss der Messungen wurde der komplette Kessel mittels des Kranes aus dem Becken gehoben und davor abgestellt. Allerdings fehlte nun der Wassermantel zwischen Kessel und Betonmantel als Neutronenbremse. Somit stieg nun die Neutronenzahl stark an, der Kessel erhitzte sich und platzte auf. Die Stelle soll noch heute durch besonders starke Verwitterung auffallen. Und in der Tat ist an dem Betonquader, der heute nur zu sehen ist, eine Stelle sehr stark verwittert. Und das könnte auch die einzig logische Stelle sein, an der dieser Kessel gestanden hat. Karl schreibt davon, dass das Material verschmolz und auslief. Dabei soll unter anderem der Mechaniker Veli Hennig eine hohe Strahlendosis abbekommen haben, an deren Folge er im September 1946 im Krankenhaus Zossen verstarb. Die genannte Erkrankung und der Tod von Hennig sind eine Tatsache. Meines Erachtens ist da allerdings viel Spekulation dabei. Woher kommt dann auf einmal das ganze schwere Wasser? Also das zusätzliche schwere Wasser. Das viele Uranmetall und das Thorium. Und welches Material verschmolz da im Kessel? Das Aluminium, das Thorium, das Uran? Karl schlägt sich dazu nicht weiter aus. Wer führte denn die Versuche genau durch? Es müsste ja eigentlich theoretisch Diebner dabei gewesen sein, weil er schreibt ja an dem Brief an Heisenberg, dass der Versuch durchgeführt wurde. Diebner war aber in Stadt Ilm. Also viele offene Fragen. Andererseits lassen sich die Briefe nicht wegdiskutieren. Es gibt nirgendwo anders einen Versuch mit 520 Würfeln. Und in dem Brief von Julius wird, wie gesagt, ausdrücklich ein Versuch G4 erwähnt. Auffällig ist auch etwas anderes. Bis 1955 war den deutschen Wissenschaftlern Atomforschung durch die Alliierten verboten. Nach Aufhebung des Verbotes reichte Diebner sehr schnell Patentanmeldungen zu dem Thema ein. Unter anderem auch zu einem Zwei-Stufen-Reaktor. Hat er das Wissen dazu möglicherweise im geheimnisumwitterten Versuch G4 erworben? Vielleicht. Wenn die Russen die Archive aufmachen, bekommen wir eine Antwort. Dann berichte ich live und exklusiv. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert diesen Kanal. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, dem vierten und letzten Teil der Serie über die Versuchstelle Gotto. Tschüss, Helge.